Hey mein Freund, hier sind wir, was du und ich werde in einem Video merken, wo ich auch ein paar Mal von dir redet habe. Entleggen ist, weshalb wir uns bekehrt haben, weshalb wir uns leben haben, für uns, weshalb wir uns auch genommen haben, weshalb wir uns auch genommen haben, weshalb wir uns auch für uns leben haben, weshalb wir uns auch für uns leben haben. Und, äh, das war vielleicht mein Dissert von dir, und mein Kaffee war vielleicht nicht hinzubringen. Ich höre jetzt ein Kocker, das ist schwarz, jetzt eine Butter und das ist ganz klar, rein, tatsächlich. Ganz reine Butter, klare Butter. Und, äh, wir hoffen nicht, mit diesem Nun zu tun, wir hoffen nicht, mit diesem Klär zu tun. Und, äh, bloß in Glicknesswiesen, wo sind wir in uns Leben? In, in der Ding, paar, wie ihr es euch nehmen könnt, wo sind uns Leben, wo sind uns Gott, wo sind uns Änderlich, und, äh, wo sind uns, äh, wenn wir ein neues Leben haben, wir ein neues Leben haben. Und, äh, das sind wir, das sind wir Menschen auf dieser Welt. So ein schwarzes Leben haben wir, so schwarz ist uns Gott. Solange wir nicht ein neues Leben haben, dann haben wir so ein schwarzes Leben. und, Das ist ein Rhein, das ist ein Rhein. Das ist 100% Rhein. Das ist ein Rhein, das ist perfekt. Und hier, hier ist ein Blatt, das ist ein Rhein. Und dann denken, so schwer, als ans Leben, wie Jesus im Wort haben. In Jesus, als so rein im Blüffs ist das. Aber nie kommt der Stirn, der Dach, wird wir ans Leben schenken und wie Jesus und ihm da. Und vielleicht wird er... Also ich kann dir das erklären, was du klein und dickig hast, was du dir verstehen kannst. Ich bin mir ein Bastard-Pro. Aber ich sei nicht perfekt. Aber ich sei noch nicht mal, dass das Cocker ist, so schwarz. Aber ich will nur sagen, das ist der Koffer. Das ist der Finde. Aber, solange ich nicht an Jesus erinnere, serviert noch einmal. Das ist der Finde. Das ist der Finde. Das ist der Finde. In dem Moment, was wir jetzt annehmen, das ist der Finde. Und ans Wort, dort ans persönliche Radar in Hell und Herz. Und jetzt direkt zu schwarz, ist der Cocker. Mit der Dach geteilt. Und jetzt, wir gehen jetzt spiel an das, in der Blossel Kappe. Aber ans Leben ist ganz schwarz, ans Wort. Und jetzt, wir gehen jetzt an das, und dann, was der uns leben dann. Und dann, wir gehen jetzt in uns nähen. Ich habe gesagt, ich habe eine halbe Wutte gemacht, eine reine Wutte. Ist das eine schwarze Koke? Ist das nicht so an da? Nein, ist das nicht. Das ist eine Brünne. Das ist ein ganzes Leben. Wir haben jetzt eine Brünne. Ich habe jetzt die Gefahr gelesen, dass ich nicht mehr, aber es ist eine andere Seite. Se lang, wenn wir das leben, waren wir immer, als sie sind. Aber wir haben jemanden in der Welt gedacht. Die sind eine glückliche Wutte, als sie gebotten angeht sind. Das sind sie. Aber wir haben eine gemachte Feinde. Solange wir auf dieser Woche leben wollen, wollen wir immer wahre Fehler machen. Und weil wir immer wahre Dinge in uns leben wollen, wollen wir noch mal in uns drehen. Wir haben es nicht gesagt, dass wir uns jetzt nicht perfekt haben, wir haben keine Fehler, wir haben keine riesen Pläne in uns. Wir sind immer der Dinge. Du kostest diese Säure-Krumme in uns drehen. Wir haben gesagt, du hast alle Schwingungen in deinem Hort gegeben. Wenn du den zweiten Mal warst, nur deine Bekehrung war später im Frachen. Gott soll dich nach einem Ort hießen, wenn du nach einer Schwingung packst. Du hast noch einmal was gefunden. Der Herr, der erste, was dich noch einmal war, in deinem Denken hat, kann man das oder dort ausmachen. Und dann fährt so ein kleiner Ding, du denkst nicht auf. Fährt um 5, 10, 40 Jahre weiter. Wenn ein Mensch sich auf die Tür, fängt dann immer weiter zu denken. Oh, du hast ja nicht euch da. Das sind kleine Ding. So ein kleiner Pax hier. Das ist so da aufgeregt. Gerießt, was immer du da hast. So eine kleine Sache auf den Menschen nicht euch da. wo dort und Sinnseiligkeit noch hin und nicht fährt. Und noch das? Wo der hat man wie eine Stuhl mit Fein. Wir feinen sehr schmackreiches. Wir haben zwei, drei Mal mehr Spaß mit Eberwärtschen. Eber Fein. Aber die Stuhl ist ganz aufgeregt. Sehr schmack. Echte Art. Alles gut gering. Schmack aufgeregt. Wir haben ein cook- und Eier auf Employee, und ammere das. Aber die Schmack sind ein Schmack für das. Die haben wir alles gut in die Garbage tunnen. Die sind 3. Also können wir entsprechende Arten. In die Stuhl ver manufacturerieren. Vielen, viele. Die sind auch eine? Die sind immer. Die sind da. Die sind drei, 4 Jahre. Die sind die Spiele. Und die wissen, wie wir sind. zum Fluchstab, eine reine Flur, voll von zum Fluchstab und durch Flurwaschen. Ich habe eine Frage mit dem Stuhl, Flurwaschen, was ist der Butter in den Armen? Und wir haben dir das vom Fluchstab gemacht, ganz direkt. Wo wir rüben jede Butter aus, rüben eine reine Butter-Schelle, Wurst in den Armen aus und rüben eine reine Butter-Schelle, Fluchstab und alles. Hier scherp ich die Ausflugstab und alle rein. Was für die Flur noch einmal auf dem Fluchstab? Habe frei, was ist das denn immer Butter? Zweier, dreier, vierier. Ich wollte noch einmal mit den Charakter in meinem Leben. Wir werden einmal, solange wir auf dieser Seite leben, einmal noch mit den Riesen in unserem Vaterland. Wir sind schon immer perfekt. Ob er uns nicht gesagt, wir sind dann verloren. Ja, das ist als Vermädler. Und ich will mir hier mal eine Hohenkauffel nehmen. Ich habe einen Hohenkauffel, das war am Wetter zusammen. Es ist eine Zeit vergehen. Ich wollte ihn ein bisschen schwätern und würde ihn schön eine Rüe auch abbringen. Eine Zeit vergehen in unser Leben. Und wir haben von Jöis ogeno, für Jöis gelebt. Und über den, wir fallen uns, was fallen wir an? Laarich. Aufheiler war immer. Wir wollen die Jöis beten. Und die Jöis beten. Ich habe ihn mit der Rimm in der Rimm, die erbinnen will haben, und dann ist er, wir kommen nicht auf dem Weg. Das ist das Rimm in der Rimm. Wir haben jetzt einen Rimm in der Rimm. Ich gebe es mit dem Rimm. Ich habe alles geholfen, ich habe dich, ich habe mich vorbein. Und dann leben wir wieder in uns. Helps Geis Antworte mit den Helden, yes. Jetzt ist es auch noch klar. Obwohl wir ihm ein bisschen grüßt. Trakt er denn in uns leben. Immer wenn wir beten, wenn wir uns prüfen, den Verschängen in unserem Leben, wenn wir folgen, geht er dort erst nicht raus. Ich habe auch gern für Geis gelebt, denn ich habe mich sicherlich verliebt, weil ich voll mit Einsen denke, und das ist noch so, was in meinem Leben, in meinem Leben soll ich aufstehen, oder was da ich soll aufstehen und immer. Geht auch mal, was wir dort tun, was uns leben immer reine, immer klarer. Aber 100% klar und rein, wird uns leben, wenn wir in dem Himmel sind. Und genau, wenn wir uns leben, wenn wir uns leben, wir wollen immer fehlen, wir wollen immer fehlen, aber wir wollen uns leben, weil wir uns leben, wie wir auch, Noch nicht prächtig ist, aber das ist ein Wort, die das offen ist. Rächtnöne. Wie viel wird das bei dir ist? Was von wegen der Dinge ist? Das kann man die Nächsten vergeben. Langehen. Werken ist das auf Geld? Und werken ist das auf Geld? Viele Dinge. Werken ist das auf Nächte oder die Janker? Dein Freund. Dein Nubat. Dein ganz bester Freund hat, was du könnt. Und die Janker hat auch so schön mit dir. Und du kostet den Freund über den und mest nicht mehr leben. Bloß wenn du da hast, du könnt, was du Janker hat. Und du kostet ihn. Vielleicht hast du gesagt, du hast nicht Geld, der hat nicht Geld, was du kostet. Und ihn dadurch nicht begegnet. Wenn du dort durchschauen, wobei, der hat nicht genug Geld wird. Und die ihn dort leisten kann. Dort denkt er haben. In die Welt vorrichtigung. Ob er den Fass der Freund hat dort zu können. Und die ihn nicht gehören. Du hast auch gedacht, du möchtest dir in ihm verdrucken. Gern in die Freundschaft. Und immer den nächsten geschaut über. Gern lieber. Ob du im Fortiff hast. Ob du im Trakter hast. Ob du im Lohn hast. Ob du im Hüß hast. Nicht bloß dort, du hast ihn fremd, feinen Feuropotten, feinen Grau, äh feinen Mial, feinen Jungen hat. Du hast den feinen Früh, den feinen Mond, den feinen Kenia hat, nur die nicht die Nächsten sind gegangen. Wenn wir das tun, dann drehen wir uns Leben immer weiter und schwatter ein und kommen immer wieder weg von Gott und weil wir uns leben immer wieder, wieder rein mehr, immer reiner mehr, dann wird es immer klarer, dann wird es immer klarer, dann wird es immer klarer und immer klarer. Und das legt uns da heute mal auf einem Boothhof und wie wir das sehr, sehr weit verfallen, weil wir das dort gerade bei uns Leben arbeiten. Und das kracht, wo wir sind. Und ob wir über den, sind Dörren vergehen und ich wird von der Bootschaft vergehen, das legt uns. Ob wir nicht von dem Vorwerk kregen, ich habe nichts von dort gesagt, nichts gehört, nichts. Mit uns klickt mich diese Bootschaft auch, was ich gesagt habe. Und das hat mir immer so viel gehofft, mir wird die Bootschaft immer so wichtig. So klar kann ich das nicht sein, ich glaube so. Das legt uns. Weil ich heute auch noch ein Daumen an dem Video. Denn Fleisch kann nach einem Uhr eine oder andere Person halten, dass Fleisch in seinem Leben in seinen Gästen gelebt hat, dass ich besser drast sein kann. Ich höre ihn immer ein bisschen zu hören, weil ich den Tag, dass ich mir schon bezieht kann. Mir wird alles perfekt sein. Ich wird keine Fehler mehr mehr machen. Alles wird schwingen. Alles wird, ich auch mal so zu sagen, erbrauchen sein. Und ich habe mich sehr, sehr geteilt. Sehr. Und das war mir auch immer so wichtig, was mir das war der B-Folder. Und das legt uns. Viele Menschen, ja, das ist ja eigentlich auch Pferden von Menschen, die hier, und das man geht auch an. Weil sie sich geteilt haben. Dort leben nicht so, so klein und so schwein wie daran, auch solche Leute haben. Und sie sich werden. Wir werden mit Kieren erleben, wir werden heute hier und wir sind. in dem. Und die, 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 die Beorschauung bringen, die, 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 die. Was immer gibt für Menschen zu sein. Ich würde ihnen melden. Ich würde ihnen nicht verdauen. Ich würde ihnen melden. Ich würde ihnen melden. Und die Menschen, die Kounseln geben, den Treibhafen und erleben. Ich hoffe, dass sie die Menschen dort wirklich mehr ansehen. Nur ihre Bekehrung wird das Leben nicht perfekt sein. Das Leben wird nicht festgestellt sein. Sie stehen so rein, denn klar in der Zeit. Es ist bloß Jesus. Uns Leben wird immer mit Grieß geblieben, mit Brünen geblieben. Aber trotzdem sage ich, wir sollen uns nicht heilen für Jesus, wir sollen uns nicht bekehrt. Ja, wieso? Solange wir uns nicht bekehrt haben, dann sind wir vor allem verloren. Aber wenn wir uns gespeichert haben, und das Leben geschehen haben, für Jesus, dann kommen die Ammert klarer an zu wollen. Und das kann auch klarer werden. Wenn ich keinen Heimköffel habe, dann würde ich keine Heime überdreht gehen. Aber ich habe hier nicht einen Heimköffel aber ich glaube, wenn die da zu tun waren, dann glaube ich, wird ein Wiesbaden auch sein, und das kann vielleicht mithalten für die Treibung in ihrem Leben. Und das wäre alles, was eigentlich das war. Bloß die Frauen mit Wiesbaden gegeben, und die werden keinen Treibung in ihrem Leben zu tun haben. Denn wenn du die noch nicht hast, wenn du die noch nicht hast, bei der Zeit, dann käme uns zu denken, wenn du dir was bekehrt haben. Kann du wieder was leben, scheinen sein, dann warten, scheinen und rennen eben. Nein. So lange, dass wir auf dieser Welt leben, direkt so lange, wird die Finde dann angeschoben. Und die Finde erstes, wird es dann eher noch schwerer. Und da werden wir uns erst mal aus dieser Traum zu verdauen, wo du für die heutige Leben nicht bekehrt haben. So können wir uns jetzt hier noch einmal von der Welt weggehen. aufgefasst und wir werden wieder abhängen. Aber jetzt haben wir uns bekehrt, und wir haben uns alle Firmoprof und uns war üte auf Kronen für Gäste. Und wir loben dann in dieses Böden im Frühjahr und uns war den Wiesn, wo wir noch für schwänische Dinge in Ansvat haben. Die frie und gutsehende Gäste, und das war uns immer immer in allen immer rein. Aber jetzt es gibt vor Wunsch, Dinge sind passiert, und die Finde haben uns geschaut. Und wir sind es erforderlich, ob die Finde war ein Kind, was in uns war. und was ans Leben war schwarter, was immer schwarter und immer schwarter. Und bei den Tag, was wir in die Juizes gewohnt, am Verhebung werden, und ans Foto war er nur ein Rimmjerkung von Juizes, und was ans Leben war klar. Und was ans Leben war immer klar und immer klar. Und wenn wir uns die Juizes gewohnt, die Juizes gewohnt, wird losgeladen, dann wird auch die Juizes gewohnt, und wie spielen die Juizes viele? Dann kommt der Fiend, der Fiend ist immer noch, Juizes ist immer noch im Haus, aber der Fiend ist auch immer noch, dem Tod. Dann war es war schwarter. Wir waren immer 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 Wir sind als Trainer, die Vergebung führen, die Kraft werden, die Weisheit werden. Wenn wir uns hier mal geben, können wir uns geben. Wir haben Gespräche, alles, was wir in diesem Sinn lernen können 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 in der Anfangszeit. Und jetzt ist das ganz wichtigste Denken. Denn uns leben wird heute uns in der reinen Tod geben. So, aber ich finde es einmal war er ruhig, wenn du ein schöner Zugkröntgen hast, du brauchst du eine Läge. So, du fühlst mich, ich habe eine Läge. Aber ja, du brauchst du eine Läge Pokémon, und du brauchst du eine klare Booter, und du brauchst du eine Läge, 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 du brauchst du eine Läge. Und dann, das ans Leben war dann wichtig, das ans war. Ich hoffe, ich habe ein paar Jahre hier zu erklären, und ich will die Not merken, trieb die Salz, ich will die nicht in dein Leben mit anderen, die im Leben fähr sein wollen, ich will die Not merken. Wenn deine Frau, wie du es sagst, wird es so leichter drehen in dein Leben, und alles, was ich brauche zu tun. Und wenn du wiederlebst mit deinem Leben, wird es deine Verunrufung. Aber meine Verunrufung ist, wenn ich dort wollte, ich kann den denen erklären, oder ich kann mich, von den den Greden, von den Bedenken haben, ich kann dich nicht, und du fühlst mich auch gar nicht, wie du es sagst, aber ich weiß, wie du es sagst, über meine Verunrufung aus, wie du es sagst, 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 für dich, und, und, ja, wie du es sagst, wenn du es sagst, wenn du es sagst, wie du es sagst, wie du es sagst, wo du sagst, wie du sagst, du sagst, die wir ansehen